hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten folge im eurotruck simulator in der version 1.48 wir sind ja das letzte mal nach von hamburg nach rostock gefahren und wie hier angekommen bin habe ich dann auch gleichen folgeauftrag entsprechend gefunden ich stehe hier jetzt bei der selben firma auf dem selben gelände und bin bereit den trailer jetzt weiß ich wie man dazu sagt anzukuppeln aufzuliegen ja auf jeden fall möchte ich ihn an die zugmaschine anhängen aufliegen wie auch immer gut ist ein kübel trainer ich habe ein extra noch nicht angedockt denn ich finde auch hier dieses logo was auf diesem kübel trainer drauf ist recht hübsch deswegen das wollte ich euch nicht vorenthalten so rückwärts gang ist drin und dann ziehen wir ihn mal raus damit man ihn auch komplett massiv max kögel und wir fahren heute nach grafemünde von rostock aus ich finde den trailer echt ganz hübsch ich weiß ich habe einen low deck hier und könnte ich ein bisschen höher setzen wenn man das schild mit alles mal heute noch mal stehen so anschnallen los geht's nehmen sie am kreisverkehr die zweite ausfahrt nehmen sie jetzt die ausfahrt so letztes mal haben wir hier den strafzettel bekommen hier ist eine 30 demnächst biegen sie rechts ab biegen sie rechts ab biegen sie rechts ab der bieber fährt hier auch rechts neben uns nee das ist nicht der bieber obi ist der bieber ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir fahren in den abend hinein jetzt ist es schon 10 vor 18 uhr und 19 uhr soll man so ungefähr ankommen aber ich tippe man darauf dass man noch 20 minuten später ankommen wer weiß wie oft man noch an der roten ampel stehen etc was noch alles passiert wir haben übrigens reifen geladen 23 tonnen das ist natürlich schon gutes gewicht was man da hinten geladen haben aber sollte auch kein problem für den immerhin sein ich finde es super dass der scs hier nach und nach jetzt deutschland auch updatet auf die neuen städte wir hatten ja schon vier in der 147 und jetzt wieder vier und ich gehe mal davon aus dass da auch in nächster zeit immer wieder bei jedem update die auswand an der rechten straßen seite biegen sie rechts ab ja es wurde auch zeit die städte in deutschland die waren schon seit dem basisspiel in der vanilla version drin da hat sich also nichts viel geändert und das ist ja auch schon über zehn jahre jetzt her die technik entwickelt sich weiter schön dass es machen und auch kostenlos uns zur verfügung stellen wenn man bedenkt wie viel spiel spaß wie viel spielstunden wir hier mit diesem spiel haben und das basisspiel wenn es im steam sale ist für fünf euro zu bekommen halten sie sich rechts und dann nehmen sie die ausfahrt auf der rechten straßenseite also selbst die dlcs die ich alle dazu gekauft habe die äh haben längst schon wieder den spiel spaß reingebracht für das was man dazu bezahlt hat und Es gibt viele Geräuschkulisse hier in Tafelhunde, oder? Habe ich mit? Siehst du, kaum hupen wir einmal, schon wird es grün. Die Route wird neu berechnet. So, hier wird noch mal gerüncht anscheinend. Sicherheitsüberprüfung. Jetzt fahren wir da vorne durch die Halle durch. Und ich glaube, das soll so eine Halle darstellen, wo dann das Röntgengerät drinsitzt. Die Route wird neu berechnet. Ja, auch eine große Anlage hier. Biegen Sie rechts ab. Dann kann man sich auch verfahren. Was ich auch hier gut finde, hier fährt auch KI-Verkehr auf dem Gelände. Ich glaube, das war vorher nicht so. Sie haben das Ziel erreicht. Lieber nicht. Heute gehen wir mal auf Nummer sicher. So, zum Abschluss machen wir noch ein schönes Foto. Wieder ein Foto mit einer Fähre. Das ist halt so im Norden, wenn man viele Häfen beliefert. Oh, das ist ganz schön, oder? Ich bedanke mich, dass ihr wieder mitgefahren seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Vendet. Alles Gute.